Schafft unsere Wirtschaft die Klimaschutzziele? Vielen ist das nicht klar, aber die Frage stellt sich eigentlich gar nicht mehr. Denn jeder, der dem Emissionshandel unterlegt, dem bleibt ja gar nichts anderes übrig, als das zu schaffen. Und gleichzeitig ist das aber ein System, das Belastungen produzieren kann, das schwere Preisverwerfungen auch produzieren kann. Davon könnte man als Anleger auch profitieren. Aber ist es sinnvoll? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Stellen wir uns mal vor, Sie haben ein bisschen Geld auf dem Konto, das Sie ausnahmsweise mal nicht für Aktien verballern wollen. Schade eigentlich, aber gehen wir einfach trotzdem mal davon aus. Was könnten Sie damit machen? Sie könnten sich zum Beispiel ein kleines Balkonkraftwerk kaufen. Dann wissen Sie schon mal, Ihre Kaffeemaschine, die läuft in Zukunft mit Sonnenstrom. Und das ist sehr klimafreundlich. Es geht aber natürlich auch ganz anders. Sie könnten ja mit dem Geld zum Beispiel auch schnell mal nach Malle fliegen. Kurztrip an den Ballermann Halligalli Drecksau Party. Das ist dann schon deutlich weniger klimafreundlich. Der Witz ist nur, es spielt überhaupt keine Rolle. Und es gibt noch mehr Dinge, die eigentlich keine Rolle spielen. Zum Beispiel, es ist ja beschlossen worden in Deutschland, dass wir hier unsere Kernkraftwerke abschalten. Und dadurch ist einer unserer wichtigsten Energieträger jetzt ja wieder Kohle auf absehbare Zeit. Ein Beschluss, der sehr kontrovers diskutiert worden ist. Und hier haben wir auch einen der Gegner von dieser Entscheidung, Markus Söder von der Last Generation am Tag der Abschaltung von Isar 2, kurz bevor er sich da an den Zaun klebt. Er hat viel Beifall bekommen für die Aktion. Das kam allerdings alles etwas spät. Aber sogar das spielt fürs Klima am Ende keine Rolle. Und warum sage ich das? Weil ich ein Klimawandelsleugner bin? Nein, bin ich nicht. Und es geht mir auch nicht darum, dass ich jetzt der Meinung werde, dass bisschen CO2 hier bei uns, das würde nicht ins Gewicht fallen. Sondern es geht um folgendes. Ein großer Teil von unseren CO2-Emissionen, der ist schon längst einem System unterworfen, das diese Emissionen reguliert, nämlich den europäischen Emissionshandel. Das wird in der Debatte fast immer vergessen. Und das hat aber schwerwiegende Konsequenzen. Zum Beispiel, Sie bauen sich jetzt ein Balkonkraftwerk. Dadurch verbrauchen Sie weniger Kohlestrom. Das ist so. Ihr Versorger, der hat für diesen Kohlestrom aber schon die Verschmutzungsrechte eingekauft. Die braucht er jetzt nicht mehr. Die kann er auf dem Markt jetzt wieder verkaufen. Jemand anderer kauft sie und kann damit dann zusätzlich mehr CO2 produzieren. Das, was Sie eingespart haben, haut also automatisch jemand anderer dafür wieder raus. Oder umgekehrt, Sie fliegen für vier Tage nach Mallorca, ein sinnloser innereuropäischer Flug, der aber dem Emissionshandel unterliegt. Und die Fluggesellschaft muss dafür Emissionsrechte kaufen. Und ob jetzt Sie damit durch die Gegend fliegen oder jemand anderer die Emissionsrechte nutzt, das ist unterm Strich egal. Die Gesamtmenge der Emissionen bleibt unverändert. Und das Gleiche natürlich auch mit unserem Kohlestrom. Wenn Deutschland damit jetzt eben jede Menge CO2 raushaut, dann können andere eben weniger CO2 raushauen. Es ist also völlig egal eigentlich, was man macht. Die Frage ist nur, ob man es sich leisten kann. Und dadurch hat das ganze System natürlich auch gewisse bizarre Züge. Alle Emissionen, die dem Emissionshandel unterliegen, die stehen von der Menge her von vornherein fest. Und wir als Einzelne haben mit unserem Verhalten dann auch nicht mehr die Möglichkeit, irgendwas dran zu ändern. Auch wenn das uns meistens nicht so richtig klar ist. Dazu gibt es auch einen sehr guten Artikel in der FAZ. Ein Interview mit Achim Wambach, dem Präsidenten vom ZEW. Der sagt zum Beispiel auch, Städte und Gemeinden, die sollten auch keine Solaranlagen und sowas bauen, sondern die sollten das Geld lieber in Infrastruktur investieren, weil für die Klimaneutralität, da gibt es den Emissionshandel. Ich stelle Ihnen den Link auf den Artikel hier auch unter dem Beitrag. Und in diesen Emissionshandel, da kann man auch als Privatanleger investieren. Das ist allerdings umstritten und darauf komme ich dann gleich. Man hat sich ja bei dem ganzen System natürlich schon was gedacht. Der große Vorteil ist, bei allen Emissionen, die davon erfasst sind, da werden die Klimaziele auch erreicht. So oder so bis aufs letzte Gramm. Und das ist ja auch schon was. Der zweite Vorteil ist, es arbeitet nicht mit Verboten und den Unternehmen wird auch nicht vorgeschrieben, wie sie diese Ziele erreichen. Sie können also die Produktion zurückfahren, sie können die Produktion effizienter machen, sie können andere Technologien einsetzen, vielleicht ja auch solche, die gar nicht so bekannt sind im Moment noch. Die Unternehmen können also selber entscheiden, was für sie das Beste ist. Insofern ist es marktwirtschaftlich, dieser Mechanismus. Aber gleichzeitig, auf der anderen Seite, ist er natürlich schon auch ein zusätzliches, planwirtschaftliches, bürokratisches Monstrum. Weil erstens die Einsparziele ja von oben vorgegeben werden und das ist ja auch willkürlich. Zweitens ist es natürlich zentralistisch und es verursacht einen hohen Aufwand. Und das Geld für die Zertifikate, das fließt ja zum Beispiel dann wieder in einen Klimasozialfonds. Und in den müssen zusätzlich dann auch noch die Staaten einzahlen. Und dadurch entsteht dann aber natürlich wieder eine große Umverteilungsmaschinerie, die auch nicht unbedingt jetzt die Unternehmen entlastet, die davon betroffen sind. Und das ist eben auch der dritte und wohl der wichtigste Punkt. Auch dieses System, je nachdem, wo man die Klimaziele ansetzt, auch das setzt natürlich die europäische Wirtschaft und die europäische Wettbewerbsfähigkeit enorm unter Druck. Und es gibt da viele kritische Punkte, das hat man zum Beispiel auch gesehen oder die sind hochgekommen, als man das System letztes Jahr neu nochmal aufgesetzt hat. Eine Sache sind zum Beispiel die geplanten CO2-Grenzabgaben. Das ist so eine Art CO2-Zoll für Importe aus anderen Ländern, wo es solche Klimaschutzmaßnahmen eben nicht gibt, was für die dann natürlich ein Konkurrenzvorteil ist. Das soll kommen, aber das ist natürlich eine protektionistische Maßnahme dann. Und ein paar ausländische Handelspartner haben sich natürlich auch schon beschwert drüber. Und es umfasst aber eben natürlich auch nicht alle Importe, zum Beispiel keine weiterverarbeiteten Produkte, so Sachen wie Autotüren beispielsweise, sodass die europäische Industrie natürlich immer noch hohe Wettbewerbsnachteile hat dadurch. Und das gleiche auch bei Exporten aus der Eurozone hinaus. Also da hat ja die Industrie gehofft, dass sie wenigstens dafür zusätzliche kostenlose Emissionsrechte dann bekommt. Aber es sieht im Moment nicht so aus. Und auch das ist natürlich für den Industriestandort Europa ziemlich schlecht. Und außerdem ab 2026, spätestens 2027, je nach Energiepreisentwicklung, da gibt es dann auch für kleinere Unternehmen und für Gebäude auch ein europäisches Emissionshandelssystem zusätzlich. Das wird wahrscheinlich erstmal parallel laufen zu dem System, das wir jetzt haben. Und da werden die Preise auch erstmal gedeckelt sein. Aber spätestens dann wird es auch für ganz normale Unternehmer und auch für Immobilienbesitzer ernst. Das Thema Heizung ist sowieso ja schon ein Riesenthema. Was haben wir nicht schon alles gehabt die letzten Jahre? An brutalsten Krisen. Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg und die Gaskrise und jetzt eben auch noch die brutalste von allen, Robert Habecks Wärmepumpe. Die ist jetzt wirklich eine Plage von biblischem Ausmaß. Aber wir hier wären nicht wir, wenn wir nicht versuchen würden, sogar daraus noch Kapital zu schlagen. Sie kriegen morgen von uns einen neuen Zukunftsmärkte-Report mit den Aktien von drei börsennotierten Wärmepumpenproduzenten. Die Wärmepumpe, die hat natürlich so ihre Tücken und das hat auch alles viele Facetten. Aber trotzdem, sie ist natürlich weltweit auf dem Vormarsch. Der globale Wärmepumpenmarkt, der ist schon letztes Jahr zweistellig gewachsen und dieses Jahr wird er sehr wahrscheinlich noch um einiges stärker wachsen. Und die Reports von uns sind gratis. Sie bekommen sie auf www.zukunfts-märkte.de und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Drei Aktien aus dem Wärmepumpesektor und auch Infos aus und über diesem Sektor, der wahrscheinlich die nächsten Jahre noch um einiges stärker wachsen wird, als er bis jetzt gewachsen ist. Aber, wie gesagt, Sie können als Privatanleger auch beim Emissionshandel mitmachen. Das geht jetzt nicht direkt, sondern das läuft indirekt über Produkte eben, über ETCs oder über Zertifikate. Die beziehen sich dann auf die entsprechenden Futures eben. Und Futures haben eine endliche Laufzeit. Das heißt, während der Laufzeit von den Produkten, da muss immer wieder umgeschichtet werden oder rolliert werden vom aktuellen Future in den nächsten Future. Das heißt, Sie können damit also Rollverluste haben oder auch Rollgewinne. Und der Preis von den Emissionsrechten wird dadurch eben nicht immer exakt abgebildet. Und außerdem haben Sie natürlich auch noch das Emittentenrisiko, das ist klar. Und das ist mal das eine. Man kann aber trotzdem davon ausgehen, dass mit diesen Produkten die Preisentwicklung halbwegs abgebildet wird, zumindest. Und es gibt einige Produkte auf dem Markt. Sie kriegen von mir auch einen Link zu einem Informationsblatt von einem dieser Produkte von der Société Générale. Nicht, weil die mich jetzt sponsoren würden oder weil das Produkt von denen ganz besonders gut ist, aber die haben das eben auf diesem Informationsblatt ganz gut dargestellt. Die Frage ist aber natürlich, haben wir da als Anleger die Chance auf steigende Preise für diese Verschmutzungsrechte? Bis jetzt ist es folgendermaßen gelaufen. Das Emissionshandelssystem gibt es seit 2005. Es umfasst 45% der europäischen Emissionen, hauptsächlich von Stromkonzernen, Schwerindustrie, Stahl, Zement und so weiter und die Luftfahrt. Man war aber am Anfang vorsichtig. Man hat denen zu viele Emissionsrechte zugeteilt, weil man die Industrie eben nicht so stark belasten wollte. Und dadurch ist der Preis erstmal eingebrochen. Die Grafik hier ist von Statista. Der Preis war zeitweise bei fast gar nichts mehr und da ist er auch jahrelang geblieben. Luftverschmutzung ist billig gewesen in Europa die meiste Zeit. Verschmutzungsrechte hat es mehr als genug gegeben. Und erst die letzten Jahre ist er dann hochgeschossen. Das hier, das geht bis 2022. Da ist dann ja das System auch neu aufgestellt worden wieder. Und dieses Jahr waren wir dann aber schon bei über 100 Euro und im Moment sind wir bei knapp unter 90 Euro. Das hier ist der Spotpreis für die Emissionsrechte von der EEX, der European Energy Exchange in Leipzig. Da werden die unter anderem gehandelt. Auch diesen Link stelle ich Ihnen hier unter den Beitrag rein. Das ist aber die nächste Schwierigkeit für Sie als Anleger. Es gibt nicht so richtig viele und nicht so richtig gute Marktdaten und es wird auch sehr wenig über diesen Markt berichtet. Und es macht jetzt auch nicht ständig irgendwer Videos drüber hier auf YouTube. Sie haben also nicht unbedingt immer ausreichend Informationen dazu. Aber am Ende müssen Sie sich eben die Frage stellen, gehen Sie davon aus, dass die europäischen Länder das durchziehen mit den Klimazielen und dass sie die Emissionsrechte dann auch wirklich konsequent verknappen. Oder knicken Sie irgendwann mal wieder ein. Im Moment ist geplant, dass die damit erfassten Emissionen bis 2030 schon relativ zu 2005 um 62% sinken sollen. Und dafür werden Jahr für Jahr Emissionsrechte aus dem Markt genommen und ab 2034 soll es gar keine kostenlosen Emissionsrechte mehr geben. Das sind Ziele, die kann die Industrie meiner Meinung nach kaum schaffen. Und es läuft meiner Meinung nach auch auf Reise raus, die mittelfristig nochmal deutlich steigen. Und das ist ja auch politisch so gewollt. Und das würde stark für diese CO2-Zertifikate sprechen. Das Risiko wäre aber zum Beispiel für Sie als Anleger, wenn sich eben zum Beispiel die erneuerbaren Energien jetzt ganz, ganz schnell durchsetzen würden, sodass die Ziele da gar kein großes Problem mehr sind. Dann würde der Preis natürlich fallen. Oder denkbar ist auch, dass die Ziele irgendwann mal wieder doch gesenkt werden. Wenn man zum Beispiel zu dem Schluss kommt, die Belastungen für die Industrie, die sind so hoch, dass wir das so nicht durchziehen können. Und wir wissen ja auch nicht, was für Regierungen wir in 5 oder 6 Jahren haben. Die können ja ganz andere Ziele haben als die Regierungen heute. Letzten Endes sind es also Anlageinstrumente, die stark politikgetrieben sind. Es ist letztlich ein politischer Markt. Und ein weiterer theoretischer Preis oder Grund für fallende Preise, das wäre natürlich auch überspitzt gesagt, dass die Emissionsrechte darum nicht mehr gefragt sind, weil die Industrie zum Teil abwandert. Und damit haben wir natürlich auch eine der großen Schwachstellen von diesem System. Der Emissionshandel ist ein mächtiges Instrument, das aber eben auch die europäische Industrie und ihre Wettbewerbsfähigkeit stark belastet. Und wir tun aber dem Klima kein Gefallen damit, wenn die Industrie wegen anspruchsvollen Klimazielen abwandert in Regionen ohne anspruchsvolle Klimaziele. Darum ist das große Problem mit dem Emissionshandel auch noch gar nicht gelöst, sondern die größte und die allerschwierigste Aufgabe in der Klimapolitik ist nach wie vor, dass man eben möglichst viele andere Länder da auch mit ins Boot holt. Und wie neulich schon gesagt in meinem Video zum Standort Deutschland, wenn wir unsere Wirtschaft mit der Klimapolitik schon stark belasten, dann muss sie wenigstens von irgendeiner anderen Seite her auch wieder mal entlastet werden. Man kann sie aber nicht von allen Seiten immer mehr und noch mehr belasten. Das geht in dem harten globalen Wettbewerb, in dem wir sind, irgendwann mal nicht mehr gut aus. Und das zeichnet sich ja auch jetzt schon ab. Aber wenigstens haben wir heute eins gelernt, CO2, das dem Emissionshandel unterworfen ist, das können wir mit unserem persönlichen Verhalten nicht mehr verringern. Und ich will Ihnen zwar Ihr Balkonkraftwerk jetzt nicht ausreden, aber denken Sie mal darüber nach, ob Sie mit diesem Geld vielleicht nicht lieber doch in CO2-Zertifikate investieren wollen. Die verschwinden damit, dass Sie die kaufen, jetzt zwar auch nicht dauerhaft vom Markt, weil irgendwann mal wollen Sie die ja auch wieder verkaufen, idealerweise auch mit Gewinn. Aber solange Sie die halten, sind die wirklich vom Markt und Sie verringern damit wirklich Emissionen. Der, der die sonst benutzt hätte, der muss sich dann was anderes überlegen. Und abgesehen davon, ich wollte ja schon lang mal wieder in die Berge, vielleicht mal so Gegend um Innsbruck. Und ich überlege mir ernsthaft, diesmal dahin zu fliegen von München aus, die 100 Kilometer. Ich habe zwar schon immer noch irgendwie das Gefühl, dass es mit dem Auto irgendwie doch sparsamer wäre, aber mit dem Flugzeug ist es eben klimaneutral. Ist ja auch logisch, oder? Und das ist eben auch eine von diesen schrägen Konsequenzen aus der großen bunten Welt des Emissionshandels. Denken Sie daran, dass Sie sich noch eintragen für unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports. Der nächste geht morgen raus. Vergessen Sie künstliche Intelligenz. Das ganz große Thema unserer Zeit ist die Wärmepumpe. Dazu drei börsennotierte Unternehmen morgen auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.